Willkommen zurück zu... Vielleicht habt ihr den mitten zwei, ich bin immer für Robo. Wer ist Trelawney? Wer weiß. Ich will sicher, was die Jungs hier machen. Ich bin. Hey Jungs. Hey. Hey. Wo ist die kleine Irische Beste? Ich bin nicht ganz sicher. Trelawney versucht zu finden. Hat jemand in der Blackwater gesehen, wie die Dinge liegen? Plätze mit Pinkertons, Bounty Hunters... Ah. ...Pictures von Dutch und Hosea. Wir haben viel Geld in dieser Stadt. Und dort wird es bleiben, für heute. Warum haben sie nicht Shawn gehalten, ich weiß. Ich glaube, er ist Bait. Wenn ich ihn publikamente probiere... Gentlemen... Shawn ist gehalten, in der Upper Montana. Dann in eine Städte führung, in der Westen. Dann. Wir können nicht die Menschen aus einer Städte führung. Wir müssen ihn entdecken, oder... Wir müssen ihn entdecken. Wir müssen ihn entdecken. Wir müssen jemanden entdecken. Natürlich nicht. Wir müssen ihn entdecken. 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 Gut und gut. Es ist ein großes Land. Ich hoffe so. Ich finde das Boot. Ich finde das Boot. Ich finde das Boot. Ich finde das Boot. Wimnd wir sind fürs Leben. Es ist Shawn, ok? Tuch. Ich weiß, was ihr zwei Freund sind. Ihr denkt, sie können uns sehen? Wenn sie so können, sind wir nur drei Leute auf der Straße. Das ist natürlich. Wir werden gut. Also, du hast du schon lange weggegangen? Wie ich liebe die Wahrnehmung und schlafen in der Dirt mit deinen Derelechten, habe ich andere Sachen zu tun. Was ist in New York passiert? Du wißt du, wie unsere Leben ist. Nicht eine straighte Straße, irgendwo. Especially mit dir. Schön, zu wissen, dass ich mich vermissen habe. Hast du raus von Menschen zu robben? Komm schon, lass uns sie in der Lage halten. Du bist okay, Javier? Du bist ruhig. Er hat nicht zuhört, seit wir dich in Valentin liefen. Das ist die längere Straße in meinem Leben. Wichtig, lieber Junge. Sehr wichtig. Na los, weg dich doch. Ja, ich warte auf dich, Junge. Wahrscheinlich, da ist ein Camp irgendwo hier, wo die Bounty Hunters treffen. Und sie transferen, bevor sie weiter nach Westen gehen. Ich denke, das ist da, wo sie sind. Ja, ich schaffe noch. Wack, wack, wack und natürlich. Das war's. Das sieht aus wie Sean zu mir. Wahrscheinlich hat er genug zu schrauben. Ja, das ist definitiv Sean. Oh, sie haben ihn ein guter Schrauben. Na ja, man kann nur vorstellen, was er ihnen hat. Oh, ja. Sie nehmen ihn nach dem Canyon. Da ist Charles, auf der anderen Seite. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Follow me, wieder mal. Dann folgen wir dir mal. Kann ich mal ein bisschen Gas geben? Ja. Wir müssen das ruhig machen, wenn wir können. Lass es mir, gentlemen. Ich werde nachher und schreibe eine Struktur. Dann, du... Ja. Two, schau mal an und schau mal an. Okay. Schau mal an, aus der Zeit. Schau mal an. Schau mal an. Schau mal an. Schau mal an. Mhw. Ich werde jetzt mit dem Spieler nach. hey canhle! innen. Herrliche Benjamin, Leider... ich ähnliche Möglichkeit, meine Frau ist voll. Ug millionaire zum Schrauben. Was ist das Problem? Es ist dasötelles Messie. Sie hat eine задung. Wo ist sie? Eine massive Forderung! Ich bin neben mir. Wenn ich Bessie verletze, dann verletze ich alles. Oh, calm dich, Herr. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich habe eine Rolle. Okay, gehen wir nach ihm. A pleasure as always, gentlemen. I think you have it from here. Nein, wollte ich nicht. Weg mit ihm. Ich hätte gerne meinen Hut wieder. Entschuldigung, ich waffe wechsel. Kannst du das mit diesem Scheiß-Müten jetzt nachlassen? Danke. Kannst du endlich mal die Waffe wechseln? Kannst du noch so agcrischen? Kannst du noch mal die Waffe ein Bδel f renovieren? Es wird nicht eigenes Impfstreit fest, denn wenn ich mit deinem Hat stepped up quelquef reformist in der Wert. Oh Können wir das Team machen oder was? Bekommst du mit oder nicht? Toll, danke Wow Ich will mich da hochschleichen, weißt du Und er bekommt einfach nicht mit Ich verstehe es nicht Warum? Warum machen die Leute das? Ich verstehe es nicht Du willst ja fucking Schleichkill machen Ja, ja, ja Alles klar Er nimmt einfach den nächsten Stein Herr Präsident Entschuldigung Das ist so dämlich einfach nur Das ist so dämlich einfach nur Ja, ja Ja, ja Hallo Ich hab ihn auf! Dein Schemmel auch mal anwesend, wenn das zu... Heller! Ja, nochmal anwesend für uns... Ein Blatsch! A, jetzt mein Kulis schon mit 19 dabei! Ein Blatsch! Ein Blatsch! Ein Blatsch! A, jetzt mein Kulis schon mit 19 dabei! Ja, jetzt was ich hab... Achso, weg, weg ist ja wohl lieber weg! Ah! Quick! Come on, let's get up there! Wie wär's, wenn wir mal ein bisschen... Looten? Warum ist denn ein Loot? Ein Freund... Ein bisschen Loot muss sein... Würde ich sagen... Ja, äh, wir seht ihn einfach gar nicht an! Hallo! Danke! Es ist so dämlich manchmal, dieses Auto-Aim... Äh, aber es ist manchmal völlig spannend! Ähm... Hier ist Charles! Mütterlootz! 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 Jäger! Mütterlootz! Mütterlootz! Let's get Sean! Get here some loot, baby. Die Springfield ist echt ne neiße Waffe. Plindern. Was denn sonst? Hä? Nächste Linn? Na bella. Die muss geplündert werden. So viele Leichen. Den Loot, den muss man mitnehmen. Wenn man will oder nicht. Werden wir was für ein Loch dabei haben? Wollt ihr alles liegen lassen? Was haben wir hier? Gin? Nehmen wir mit. Das ist cool. Die Box. Da der Dose. Machen wir nichts drin, da. Noch mal ein bisschen umri. Okay. So, jetzt haben wir hier ein Haus. Das Haus kann man natürlich nicht rein. Was ist das? Kann man es plindern. Schade. Was ist das? Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch, Arthur. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Das ist das ganz wahr. Das ist das für mich. Ich würde es sterben, oder ich würde es sterben. Aber in spite of all das, ich würde das hier schnellst du hier wenn Charles hadn't stoppedt. Ich glaube nicht, dass das so ein Loch ist, Arthur. Geht ihn aus hier. Du bist ein großer Mensch, Arthur, Morgan. Das Kind der junger Ripper-Snapper kann ich wirklich admire. Nein. Das ist ja, ganz schön. Okay, wir sollten jetzt mit uns herumsschauen. Javier, will dich entholt, Herr Maguire zurück zum Camp? Charles ist es eher aufgehörig. Ja, ich habe die eigene Fahrt mit. Bebeidigt. Es gibt alles convenient Wunderschöne. Und was für Apps. Und es geht dir? Ich fahre, was für mich ist es hier neu. Ich komme, wenn ich, da Mafische, da werden. Okay. Okay, komm mal. Ich habe noch deine Geschichte? Ja, ich habe es nicht aufgehört. Ich glaube, dass du mich verloren hast. Aber ich cellphone 70, die kleine Gäufe in deinen Seid Falsche Lute Wir haben einen Tomahawk, ok So, um eine Bronze zu bekommen Ja, Töter habe lautlos Ja, hätte ich ja gerne gemacht, ging auch nicht Landet 10 Kopfschüsse, alles klar, schließt die Mission ab Wann haben wir eine Gesundheitsgegenstände benutzen? Hä? Welche Gesundheitsgegenstände haben wir denn benutzt? Das wüsste ich jetzt aber gerne mal Wann haben wir denn eine Gesundheitsgegenstände benutzt? Was haben wir jetzt neu? Mein Geld, sehr schön Wir sollten die Springfield aufrüsten Das sind unsere geilen Waffen machen Das ist verdammt cool Danke, dass ich die umsonst bekomme Komm her Komm her Komm her Komm her Fährt Er bleibt mich stehen Komm her Jep 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 Das, kommt da irgendwas Oder mal in die Richtung Wollte ich es sagen Wollte ich es sagen Wollte falsch hier wieder gesehen werden wieso Quatsch So So Schauen wir auf die Karte So, hier hätten wir eine Ach, jetzt sind wir wieder hier im normalen Bereich Okay Kann heute schon hier hingehen mal So, über die Brücke So Sollte aber kein Problem zu haben wir jetzt sagen Ja Ja Hier werden wir noch nicht gesucht In dem Sinne von Alles klar Diese Schreie Ja Ja So, bin ich da Und da rum Fährt, bleibst dich auch auf der Straße Also Wo sind wir die Skowl? Starberry Ein Ballerträger Hallo Helfer Ich will mich hier mit umbringen Ich will mal ein Fährt auch mal kommen, oder? Na ja, geht das mit der Zeugensuchung vorbei Hallo Mein Dautos mit der Zeugen Wie ist das für mich verarscht im Spiel? Jep Wie ist das für mich verarscht im Spiel? Ich bin da von gegen ihn Ich bin dabei schon gemeldet Wir sind gesucht Wir sind gesucht Zöck Zöck Gucken wir den auch Jaja Ja Kannst du bitte den einfach weggehen? Ja Es nervt Es luchtschillt Kannst du bitte weggehen Nein Das war denn jetzt hier Ja Eigentlich langsam müsste ich die eigentlich sehen, oder nicht? Keine Ahnung Keine Ahnung Oho Pferd bewegt dich besser nicht Sonst stirbst du noch So So Hallo Was hast du denn zu kaufen? Auch nur noch einen? Jawohl, hat der auch noch sowas? Das fehlt noch nicht Ich bin da Dann Du hast schon Also Ich bin da Echt Es ist Das ist Ich bin da Also... Das ist dasselbe hier. Wenn ich das richtig sehe. Ja, wahrscheinlich ist alles daselbe hier zu kosten. Oh, er hat Waffen. Interessant. Oh, guck mal hier. Hyperautomatische Flinte. Klingt ja nett. Auf Null, okay. Ein paar Kramotten haben sie schon mal hier. Ein paar Hüte. Nicht sogar einen Besitz hier den hier. Mäntel, Mäntel, Mäntel. Noch mehr Klamotten. Mäntel, Mäntel. Ach ja. Handschuhe. Ein paar Hüte. Okay, danke. Okay. Dann guck mal in meine Tasche. Was sind denn hier? Das sind Wertsachen. Kommen rein, können wir uns da. Ich würde gerne Sachen verkaufen. Das kann ich nicht machen. Schade. Hier kann ich schon längst was verkaufen. Wundertonicum. Okay, auch wirklich was dafür. Wow. Danke. Danke, Server. Danke, Server. Nein, danke. So. Warum ist sie jetzt gesperrt, frage ich mich. Ist auf Mundkitzig begangen. Vielleicht nicht verfügbar. Komm später wieder zurück. Ich habe jemanden angerempelt. Ich habe jemanden angerempelt. Das war mein... Ich habe jemanden angerempelt, wenn ich... Ja, habe ich verdammt nochmal nicht getan. Ich habe jemanden angerempelt. Ja, das hat mir doch ein Schreck gerät. Und sonst, da hört sich schon mal wieder ein bisschen. Du musst gehen. Ach, dann ist das hier die Art Schnellreise. Dietrich benötigt. Warum kriege ich einen Dietrich? Aha, okay. Hallo. 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 Dann willst du sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gucken, was wir heute machen werden. Haut rein. Ciao, ciao. Ich habe jemanden angerempelt. Ich bin noch einer fallesse von Dürfen nochets. Na dissolved hau! Ich bin auf mit dem Moment. Eher berühre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017